Ja, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir befinden uns heute auf der Solidaritäts-Mahnwache für den deutsch-türkischen Sozialarbeiter und Journalisten Adil Demirci. Dieser sitzt nun seit fast sieben Monaten in der Türkei in Haft. Ihm wird vorgeworfen, dass er an drei Beerdigungen für Anti-IS-Kämpfer in den Jahren 2013 bis 2015 teilgenommen haben soll. Er war dort als Journalist für die Nachrichtenagentur ETA. Bei einem Urlaub mit seiner Mutter ist er dann festgenommen worden im April diesen Jahres und sitzt seitdem im Hochsicherheitsgefängnis in Célivri. Wir haben heute die Gelegenheit hier bei der Mahnwache mit seinem Bruder Tamar Demirci über Adil zu sprechen. Hallo Tamar. Hallo. Tamar, wie geht es Adil zurzeit? Ja, Adil geht, wie sagt man es immer, den Umständen entsprechend gut. Er ist halt sehr zuversichtlich. Mittlerweile nach sieben Monaten spürt man das, spürt man den Alltag im Gefängnis. Die Tage werden länger, aber er ist sehr zuversichtlich und versucht immer wieder neue Energie zu schöpfen und neue Kraft zu entwickeln. Vor allen Dingen auch einen Alltag da zu gestalten, was auch gerade auch da in den Gefängnissen versucht wird. Wo man versucht wird, dass der Alltag da nicht sein soll, den man haben möchte und lässt sich nicht runterkriegen. Dann geht es gut. Okay. Ihm haben in den ersten Monaten fast keine Briefe erreicht. Wie sieht das jetzt aus? Bekommt der Brief im Gefängnis? Wie sieht es mit Besuchenden aus? Könntest du ihn schon besuchen? Wie ist das mit anderen gewesen? Ja, es ist halt relativ schwierig. Also es war vorher auch so, dass er vor allen Dingen aus Europa keine Briefe erhalten hat. Aus der Türkei hat er diese erhalten. Das war auch so ein bewusstes Signal auch eigentlich an die deutsche Bundesregierung. Vor allen Dingen, dass deutsche Staatsbürger anarktiert werden können, aber auch sie isoliert werden können gleichzeitig. Es war ein bisschen tragisch, weil eben hunderte Briefe auch von Arbeitskollegen, Freunden, Familien geschickt wurden, die jetzt wahrscheinlich irgendwo in irgendwelchen Kammern liegen werden. Aber jetzt ist es halt so, dass er einige Briefe erhalten hat. Auf jeden Fall. Das wissen wir. Er hat auch zurückgeschrieben, aber diese Verzögerung ist halt immer noch da. Das heißt, wenn man durchleuchtet, nachgeschaut, bewusst gehalten, noch zwei, drei Wochen, und dann ist es so, dass in der Regel die Briefe so bis vier bis fünf Wochen erst später bei ihm ankommen und wir auch vier bis fünf Wochen später erst die Antwort erhalten. Vor wenigen Wochen wurde eine Unterschriftenliste an das Auswärtige Amt übergeben. Wie sieht die Unterstützung der deutschen Behörden in dem gesamten Zusammenhang aus? Genau, also wir haben ja im Rahmen dieser Kampagne wollten wir, haben ja Unterschriften gesammelt seit Tag eins. Seit der ersten Mahnwache haben wir versucht, die Kölner Öffentlichkeit, die Kölner Bürgerinnen dazu zu informieren und vor allen Dingen auch eine praktische Solidarität zu leisten, sich mit ADE zu solidarisieren. Ja, es war halt, wir haben über 5000 Unterschriften abgegeben beim Staatsminister Roth, der auch im Auswärtigen Amt dafür zuständig ist. Das wurde vom Jürgen H., CDU-Bundestagsabgeordneter und Ausschusssprecher für die CDU, initiiert, der gleichzeitig auch im Wahlkreis Rendscheid ist, also auch sozusagen auch sich eigentlich Tag eins auch mit ADE beschäftigt hat. Ja, es war halt, wir haben die Unterschriften abgegeben. Also es war nochmal ein Signal an die Bundesregierung, da mehr zu tun, dass da auch Erwartungen sind, aber es ist zum Teil gerecht worden, zum Teil sehen wir halt, dass die deutsche Bundesregierung da wirklich auch sehr träge ist. Es kann nicht sein, dass sieben Monate man warten muss, dass eben Journalisten oder Menschen, die zu Unrecht inhaftiert sind in der Türkei, in einem solchen Unrechtsstaat, dass es ja so toleriert wird. Und da war nochmal das Signal, bitte zügig handeln. Und das hat auch die Früchte getragen. Also es wurden in mehreren Gesprächen danach auch Adil erwähnt. Wie ist da gerade das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei? Also Erdogan war ja hier zum Staatsbesuch. Ja, es ist halt kritisch, genau die Person, die dafür verantwortlich ist, dass unzählige Menschen inhaftiert sind, hier in so einer Form einzuladen. Das finden wir nicht richtig. Vor allen Dingen gerade in dem Punkt, dass darüber hinaus vielleicht irgendwelche Absprachen getroffen werden, vielleicht irgendwelche Deals gemacht werden und keine Ahnung was in der Form. Also sehen wir die Annäherung oder diese Normalisierung dieser Beziehung eigentlich gar nicht richtig. Also als persönlich auch, ja, fällt also kein richtiger Schritt. Alles klar, wie kann man, vielleicht als letzte Frage, wie kann man Adil und seine Familie, dich, euch, die Solidaritätskampagne am besten unterstützen? Ja, vor allen Dingen, also es ist ja nicht nur Adil, der inhaftiert ist in der Türkei. Es sind halt unzählige Journalisten inhaftiert. Und es ist halt wichtig, ja, dass auch sich für das Thema zu sensibilisieren, dass eben unzählige Menschen inhaftiert sind. Hier vielleicht an der Mahnwache teilzunehmen, vielleicht auch Unterschriften zu sammeln. Verschiedene Formen Adil zu schreiben, vielleicht an die deutsche Bundesregierung zu schreiben oder Solidaritätsbilder auch auf unsere Facebook-Seite zu schicken, sodass eben wir auch Adil vermitteln können, dass er nicht alleine ist. Und vor allen Dingen, ja, auch an ihn gedacht wird. Für uns ist die nächste Phase eigentlich, dass wir, ja, die Prozessbeobachtung organisieren, dass eben sechs, bisher sind es sechs Teilnehmer aus der politischen Landschaft, Schriftsteller, also auch vor allen Dingen vom Arbeitgeber, dass diese auch Adils Prozess beobachten werden und, ja, und signalisieren, dass eben die ganze Kampagne auch, ja, ein bisschen auch der Höhepunkt ist. Also, dass sie zeigen, dass Adil nicht alleine war und auch nicht sein wird, auch beim Prozess. Du bist gerade auf den 20. November eingegangen. Was erwartest du von dem Tag? Ja, es ist schwierig, weil wir davon ausgehen eigentlich, also, wenn man die Türkei an sich sieht, dann sieht man, dass eben tagtägliche Menschen nervtiert werden. Also tagtäglich Akademiker, Oppositionelle, dass die Situation gar nicht so sich verbessert hat nach der Entlassung von Mecherle Tode, sondern eben gar keine realen Veränderungen vorhanden sind. Und das signalisiert an uns natürlich, dass wir nicht so viele Erwartungen haben sollen, aber gleichzeitig wissen wir, dass Adil eben unschuldig ist und wie auch die Anklageschrift gesehen haben, dass eben diese auch beweist, dass Adil unschuldig ist. Also es sind halt nur diese drei Beerdigungen aufgelistet und es ist auch nicht verboten, an Beerdigungen teilzunehmen. Und es ist, ja, also wir hoffen, wir haben mit den Anwälten Kontakt, dass Adil freigelassen wird. Also wenn es rechtsstaatlich wäre, würde Adil freigelassen werden. Aber natürlich kennen wir auch die türkische Regierung und es kann auch davon abhängig sein, dass sie ihn als weitere Politikerise weiter noch beibehalten werden. Das ist ein bisschen abhängig von der Tagesperformance von den Richtern. Und natürlich auch vom Protest, der stattfindet hier bei der Solidaritätsmannwache für Adil. Vielen Dank für das Interview. Ja, ich danke auch. Und wir werden die Informationen zu Adil, die Website und so weiter verlinken. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Freiheit für Adil, gehen wir sie! Freiheit für Adil, gehen wir sie!